Jill, alles okay? Da ist sie. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod war kein Virus. Es war Gier. Menschlicher Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal.